Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Tag 15, heute in neuer Tracht. Es hat geregnet, es regnet noch leicht, sollte aber demnächst aufhören, dann kommt dieses Kondom wieder runter. Ja, heute der Feuer ist der letzte Tag auf dem Weg nach Santiago. Ich habe sie rund 18, 19 Kilometer zu gehen, zwei Pärchen dazwischen und dann werden wir so, ich schätze, irgendwo zwischen 1 und 2 in Santiago sein. Wir machen jetzt doch gleich durch, weil es hat dazwischen keine Unterkunft gegeben, beziehungsweise die haben sie erst gemeldet, wie ich in Santiago dann was gebucht habe. Okay, dort haben wir jetzt eine Unterkunft, dort werden wir dann auch ein paar Tage bleiben, bevor es dann wahrscheinlich weitergeht nach Vestere. Und ja, was der heutige Tag bringt, das schauen wir uns dann an. In dem Sinne, ich zweige ab, die Uschi geht geradeaus weiter. Bon Camino. Bon Camino. Tschüss, bis bald. Bye, bye. On the road again. Ja, es geht durch den Wald. Tut noch immer leicht regnend. Laut Vorhersecker sollte schon längst vorbei sein. Aber Galizien ist anders. Natürlich ein bisschen schlammig jetzt der Boden. Aufpassen, dass man nicht ausrutscht oder dass man zu viel in die Gart steigt. Aber sonst ist es bis jetzt ja noch schön zu gehen. Warten wir dann auf die Berge. Okay, bis später. Tschüss. Ja, und wieder einmal haben sich die Römer ausgetoppt. Ein recht langer Weg darauf. Nur mit diesem, auf diesem gepflasterten Weg. Naja, die haben schon genug Sklaven gehabt, die die Steine zahlen haben können. Naja, und es regnet noch immer. Mit Glastor im Wald. Tschau. Bei der nächsten Möglichkeit werden wir jetzt die Regenjacke ausziehen. Weil ich schwitze schon ganz schön drunter. Und vor allem, wenn ich da rüber schaue, da komme ich mir vorweg auf die Pirine ein. Da ist auch ein Feldweg so hochgegangen. Ah ja, was sein muss man sein. Tschüss. Kurze Zwischenrest, acht Kilometer vorm Ziel. Ich glaube, da trifft es ja alles. Da kommen sie daher. Auf den letzten sechs Kilometern. Da biegen da ab. Es gibt Souvenirs und Getränke. Und eine Kürze. Und es hört nicht auf. Und wieder einmal die Ankunft. Schauen, ob ich meine Frau finde. Ich glaube, ich habe es nicht gefunden. Da links vorne, Maik. Grüß dich, Petz. Grüß dich. Grüß dich, Petzin. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.